Ja, gleich zu Anfang mal möchte ich die Anrufer beruhigen. Die Hartz-IV-Reform ist gedacht erst ganz am Ende der Reformkette. Also erst nachdem das Arbeitsamt neue Anreize bekommen hat und aus dem Nicht-Helfen ausgestiegen ist und wirklich den Leuten völlig unbürokratisch hilft, wieder in Arbeit zu kommen, nachdem Mindestlohn und Tariflöhne und Gewerkschaften eingespart worden sind und dadurch wieder ganz viele neue Arbeitsplätze entstehen und so weiter. Und nachdem die Leitungswasserreform gegriffen hat, sodass es eben nicht mehr wie bisher ist, dass man sozusagen nach dem Motto vorgeht, ja wir haben doch super sauberes Leitungswasser, wir messen einfach die meisten Giftstoffe nicht. Und wenn dann also sozusagen der Gesundheitszustand, der Bezieher meines Leitungswassers als sozusagen darüber entscheidet, welche Karriere ich machen kann als Wasserwerker sozusagen, dann werde ich ein Interesse daran haben, wirklich sauberes Wasser in die Leitungen zu bringen. Und erst wenn all diese Dinge geschehen sind, ja, dann kommt als allerletztes dann um die paar wenigen noch übrig gebliebenen hartnäckigen Arbeitsverweigerer nicht noch zusätzlich zu verwöhnen, sozusagen kommt noch der Rückgang der Verwöhnung. Ich hatte ja schon in ganz vielen Sendungen erzählt, dass die Vorteilbringenden Irrtümer von Sozialspatlern und Arbeitsamtmitarbeitern natürlich aus zwei, dass die Zange aus zwei Backen der Zange besteht. Und die wichtigste Zange ist das Nicht-Helfen und erst das Verwöhnen ist eher die weniger wichtige Seite der Erzeugung von Massen, also Massen, Langzeitarbeitslosen als zuverlässige Dauerkunden für die eigene Karriere sozusagen, ja. Das heißt also, erst einmal hier unten rechts bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam spreche an dem rundlichen Ding. Ja, und dann für Kinder sollte es eigentlich nur Großbildschirme geben auf große Distanz. Das große Problem für Kinder ist ja, dass sowohl das Bücherlesen die Kurzsichtigkeit begünstigt, als auch das Smartphone ist noch schlimmer, da gehen die Kinder oft mit den Augen noch näher ran. Das begünstigt also dann noch viel schnellere Kurzsichtigkeit und das hat dann auch noch viele andere Schäden zur Folge. Vielleicht sollte man es so machen, wie wir generell empfehlen, Kinder, wenn überhaupt sie an den Computer ran dürfen, dann muss es ein Computer sein, auch in der Schule, ja, vorne im Klassenzimmer muss ein Großbildschirm sein, wo man dann auf mehrere Meter Distanz hinschaut, wodurch dann zum Beispiel wenigstens diese Kurzsichtigkeit nicht erzeugt wird, ja. Im Prinzip ist nichts gegen Großbildschirme im Unterricht zu sagen, denn der Blick auf die Tafel ist ja auch ein Blick in die Ferne und ob das, der Großbildschirm wäre dann nur eine bessere Tafel sozusagen, ja. Und das ist sinnvoll und Kinder zu Hause, da sollte es auch nur die Möglichkeit geben, dass irgendwo ein Großbildschirm ist, wo sie dann, auch wenn sie den Computer bedienen, beim Sehen immer viele Meter Abstand zum Bildschirm haben, sodass dann diese Kurzsichtigkeitsproblematik nicht auftritt. Und wenn die Kinder dann vielleicht noch wie im Klassenzimmer leicht nach oben schauen, dann werden auch die Nackenschäden wahrscheinlich nicht so groß werden, die ja beim Smartphone auftreten, wenn man so gebückt nach vorne sozusagen der Kopf sich dem Smartphone nähert, ja. Also, zu Hause Kinder nur an den Computer lassen, wenn sozusagen ganz großer Bildschirm an der Wand, aufrechtes oder irgendwie jedenfalls unproblematisches Sitzen davor. Auch wir hier haben zum Beispiel jetzt zum Bildschirm circa anderthalb Meter Abstand, ja, sodass dann die Augen nicht zusätzlich in Richtung Kurzsichtigkeit getrimmt werden. Also, das größte Gift ist einfach kleine Bildschirme, geringe Abstände und das müssen wir auf jeden Fall verhindern, ja. Also, Großbildschirm und sonst die Kinder nicht an den Computer lassen, ja. Also, Laptops oder Smartphones sind dann wahrscheinlich das größte Gift, weil man sich da wahrscheinlich am ungesündesten davor setzt, sozusagen, ja. Ja, dann also nochmal hier der Hinweis, also liebe Herren und Damen, Bhakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, bitte versuchen Sie, Ihre Parteien zu retten, ja. Schauen Sie die ganzen letzten Sendungen, wo das alles ja nochmal detailliert erklärt wird. Gut. Ja, dann schauen wir uns hier nochmal an. Wir, es geht ja, wir ergänzen noch ein bisschen bei Professor Hans-Werner Sinn. Wir gehen mal hier hin nochmal. Das ist hier also nochmal zur Erinnerung das Vorgehen in Volksentscheiden, ne. Also, sozusagen, erster Volksentscheid nach der Wahl. Man macht also, weil man es ja nicht schafft, in der Partei eine repräsentative Wählerstichprobe herzustellen, aber weil man ja echte Demokratisierung will, im Gegensatz zu den Altparteien, greift man alle Expertenvorschläge auf, stellt sie zum Beispiel als fünf Wahlalternativen in den Volksentscheid hinein und hat dann sozusagen hier eben fünf Auswahlmöglichkeiten. Unsere Empfehlung ist natürlich dringend, dass eine dieser Experten unbedingt die Next Scientists for Future sein müssen, weil die die einzigen sind, die in der Lage sind, sozusagen vorteilbringende Irrtümer, also das Hineindrängen bestimmter Sparten, die bestimmte Interessen haben, sozusagen zu verhindern. Also noch einmal hier, also das Problem ist ja, dass nur der Weltrat die Next Scientists for Future erkannt haben, dass die Mainstream-Sichtweise, es gebe nur einen kooperativen Anteil und Pharma- und Impfkonzerne seien Engel, alle seien Engel, weil alle irgendwo, ja, alle Großkonzerne streuen um sich herum sehr viel Geldgeschenke und alle, die diese Geldgeschenke abkriegen, da kommt das natürlich zu einer Evolution in Richtung, ja, alle diese Konzerne sind Engel, also die gesamte Medizinindustrie besteht nur aus Engeln, alle sind nur selbstlose Engel, die uns allen nur Gutes tun und alles fußt auf Wahrheiten, alles, was die sagen, sind Wahrheiten und die Realität ist genau das Gegenteil. Der kooperative Anteil ist höchstens 10 Prozent, 20 Prozent und 80, 90 Prozent sind antikooperativer Anteil, das heißt, da wird entweder kriminell gelogen, um die WählerInnen abzuzocken, sozusagen, oder es wird, sind vorteilbringende Irrtümer, da belügt sich quasi, belügen sich die Spartenmitglieder selber und die Weltbevölkerung und die Folge davon ist, dass eben hier, dass durch diese Irrtümer unheimlich große Erfolge die Folge sind und dadurch sich diese Irrtümer, nachdem sie sich als vorteilbringend erwiesen haben, sich in der Evolution massenhaft ausbreiten und die gesamte Weltbevölkerung durchseuchen, sodass dann also letztendlich, letztendlich hier wir eine Weltsituation haben, auch in Deutschland natürlich besonders, indem wir hier die ganzen Sparten haben am Rande und jede Sparte bringt ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer mit, mit denen sie uns alle einer Gehirnwäsche unterziehen und uns alle sozusagen, und wir alle ausgebeutet werden. Und das ist übrigens wirkliche Ausbeutung. Wir werden wirklich ausgebeutet durch diese schmarotzerhaft wirkenden Sparten und ihre vorteilbringenden Irrtümer. Und der Fehler war, dass man vor 400.000 Jahren hätte schon erkennen müssen, dass ohne starke positive Anreize sozusagen die Erfindung des Tauschhandels, des Marktes und der Arbeitsteilung nach hinten gehen, losgehen muss und wird. Denn sozusagen, man hätte also hier einfach gucken müssen, ja, nur durch positive Anreize, kann man verhindern, dass Irrtümer zu vorteilbringenden Irrtümern werden, nur durch positive Anreize kann man dafür sorgen, dass Wahrheiten zu vorteilbringenden Wahrheiten werden, während wenn man keine starken positiven Anreize setzt, sondern einfach alles im guten Glauben laufen lässt, dann entwickeln sich eben die Irrtümer zu vorteilbringenden Irrtümern und durchseuchen dann die gesamte, alle Wählerinnen und machen sie zu Opfern der Sparten. Und jetzt gehen wir nochmal auf den Professor Hans-Werner Sinn zurück, also um nochmal hier in dem Muster der Volksentscheide zu bleiben, des Wahlprogramms, Volksentscheid-Wahlprogramms zu bleiben, ja. Professor Hans-Werner Sinn als Experte hat das ja auch noch, das könnte man auch ergänzen zu gestern, hat das ja so schön geschildert, auch so nochmal der Hinweis, dass man immer die Konzepte anonymisieren sollte, die Reformvorschläge, damit nicht das Dilemma darin besteht, dass manche Experten vielleicht verleumdet werden von irgendwelchen anderen Leuten und das dann die Sache runterzieht, sondern die Expertenvorschläge sollten von der Quelle unabhängig da reingeschrieben werden, sozusagen. Schluck Wasser. Gut, ich komme aber gleich zu Professor Hans-Werner Sinn. Ich mache das einfach jetzt in der Reihenfolge, wie es hier steht. Ja, also, das habe ich schon ganz klar gesagt. Die Hartz IV-Reform, manch erschreckt der Gedanke, mit 140 Euro im Monat auskommen zu müssen, plus Rechtsschutzversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, freies Wohnen und, 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 ja, Wohnungseinrichtung, frei und so weiter. Und dann sogar noch Geld zurück. Wenn man Heizung einspart, kriegt man davon auch wieder einen großen Teil der eingesparten Gelder in Zukunft dazu und so weiter. Also, das kommt erst ganz am Ende. Wenn der ganze Staat gesund geworden ist und sowieso niemand mehr arbeitslos ist, dann kommt das ganz zum Schluss erst nach und nach nur darum, um die, ja, wir werden sozusagen immer noch ein großes Stück Großzügigkeit haben, denn in anderen Staaten, wenn sie sich in anderen Staaten konsequent weigern, an der Gesellschaft mitzuarbeiten, dann kriegen sie gar nichts. Ja, während in Deutschland kriegen sie dann immerhin noch 140 Euro, also, und plus, wenn sie Wohnungen und alles rechnen, da sind sie schon bei 700 Euro dafür, obwohl sie sich weigern, überhaupt an der Gesellschaft mitzuarbeiten, ne. Und es geht nur darum, dass die, die sich hartnäckig weigern, überhaupt etwas zu tun, oder die, die sagen, ich mache soziale Arbeit und bitte erkennen Sie das als meine Arbeit an. Die wird jetzt noch nicht gewürdigt mit Geld, aber ich halte sie für so wichtig, dass ich sie unbedingt machen will. Was weiß ich, Buchautoren oder andere Leute, also die irgendwie versuchen, die Gesellschaft zu verbessern auf ihre Weise, ja, Pioniere und so weiter. Ja, gut, also da will man dann keinen Arbeitszwang einführen, was andere Staaten ja wohl sehr wohl tun würden, sondern bei uns kann man dann gesund leben, obwohl man sich total weigert zu arbeiten, was manche schon viel zu großzügig und viel zu verwöhnungsmäßig empfinden würden, aber auch das kommt erst ganz zum Schluss, wenn wirklich nur noch die Hartnäckigen, erstens die, die aus Überzeugung sagen, ich bin bereit, mit ganz wenig Geld zu leben, weil ich eine Botschaft habe, weil ich eben eine soziale Arbeit für die Gesellschaft machen möchte, die bis jetzt noch nicht honoriert wird. Und die anderen, die noch übrig bleiben werden, sind ein paar hartnäckige Sozialparasiten, die sagen, trotz aller Hilfen von allen Seiten bin ich nicht bereit, auch nur einen Finger krumm zu tun. Ich lasse mich von den anderen Bürgern versorgen und ich stehe zu meinem Sozialparasitismus. Und nur die werden übrig bleiben und dass man bei denen, sagen wir mal so, von circa 450 im Monat dann in 10% Schritten runterfährt Richtung 140 Euro im Monat, 130 Euro im Monat, das ist dann wirklich, das betrifft auch kaum jemanden dann noch. Ja, denn alle gutwilligen Menschen sind bis dahin längst in Arbeit, ja. Und dann, die geht das auch gar nichts mehr an, weil die längst ihr Geld selber beziehen und selber erarbeiten, ja. Ja, dann der Hinweis, noch mal wieder ein anderes Thema. Ich war gestern zu dem, der Pädagogensparte, der Sparte der anthroposophischen Pädagogen und ihrem natürlichen Wunsch nach leistungslosem Einkommen, also ihrem Widerwillen gegen Leistungsmessung und so weiter, so nach dem Motto, wie kann man es wagen, meine Leistung als Lehrer zu messen. Ich bin doch sowieso der beste Lehrer aller Zeiten, ja, da steckt ja auch dieser Größenwahnsinn drin. Nein, also da sagen wir Next Scientists for Future. Menschen, die nicht bezüglich ihrer Leistung gemessen werden, entwickeln sich tendenziell immer in die Richtung, dass sie irgendwas gegen die Gesellschaft tun, entweder faul werden oder was auch immer. und also sozusagen ein Beamtenstatus, der Narrenfreiheit beinhaltet, nämlich auch die Narrenfreiheit zu gammeln, dies ist nie gut, das tut nie einem System gut und da sind wir, empfehlen wir realistisch zu sein. Alles in der Natur ist so, dass die höchste Motivation, etwas Gutes zu tun, immer nur resultiert, wenn man dafür dann auch gezielt belohnt wird und wenn man für eine schlechte Leistung eben nicht belohnt wird. Man könnte sagen, das, was wir gestern beschrieben haben, ist, das ist letztendlich, das ist Lobbyismus für Pädagogen. Wir wollten doch eigentlich eine Lobbyismusfreie Gesellschaft, aber das mit den Sparten ist eben sozusagen diese vorteilbringenden Irrtümer dieser Pädagogensparte. Das ist in Wirklichkeit Lobbyismus für Pädagogen. Das sind vorteilbringende Irrtümer der Pädagogensparten und das wäre wieder keine gute Politik, weil sie im Prinzip die Neuparteien, weil eben die Basis und wir 2020 im Prinzip wieder eigentlich keine richtigen Reformen im Programm stehen haben, sondern nur Lobbyismus, der Lobbyismus für Pädagogensparten sich da ausgetobt hat. Und wir wollten doch endlich eine Lobbyistenfreie und sozusagen Politik und genau das ist die Aufgabe der Next Scientists for Future deutlich zu machen. Vorsicht, hier jede Sparte, jede Sparte hier, jede Sparte, egal welche, neigt immer zum Lobbyismus für sich selber. Und wenn solche Leute Parteimitglieder werden, dann neigen die dazu, ihren Lobbyismus durchzusetzen und in das Wahlprogramm einzubringen. Und genau genommen ist das Wahlprogramm von Wir2020 und die Basis in Baden-Württemberg ist ein Lobbyistenprogramm. Nur, dass die Lobbyisten diesmal nicht die Großkonzerne sind, sondern NGOs sind, Maxistoide-NGOs sind, Sozialspartler, Pädagogensparten und so weiter, die alle sozusagen ein größeres Stück vom Kuchen versuchen zu erreichen durch ihren Lobbyismus. Also Lobbyismus und vorteilbringende Irrtümer einzubringen, sozusagen, ist ja praktisch identisch. Und wir wollten doch damit eigentlich Schluss machen, denke ich. Ja, durch die Reform der Next Scientist for Future wird das eben richtig gemacht. Der Lehrer wird zum Kinderförderer. Ja, denn der Lehrer wird immer, jeder Lehrer, schon der ersten Schulklassen, die Grundschullehrerin, die wird schon den neuen Anreiz haben. Sie kriegt dann die meisten Verdienstzuschüsse und die höchste Ranglistenposition. Wenn, ja, im Prinzip ist es eine, ist es eine, am Anfang ist es eine Kette, weil wenn jetzt die Grundschullehrerin neu in den Beruf kommt, ja, dann gibt es ja über sie noch keine Leistungsdaten. Aber es gibt indirekte Leistungsdaten schon nach kurzer Zeit. Die Hochschulprofessoren, die quasi die jungen Leute zum Studienabschluss führen und danach geht es ja um den Berufseintritt und die das optimal machen und die dafür sorgen, dass sozusagen die jungen Leute Teamfähigkeiten, soziale Fähigkeiten, Teamplayer-Fähigkeiten und, und, und alle diese sozialen Fähigkeiten, aber auch die richtigen fachlichen Fähigkeiten kriegen, sodass dann die Arbeitgeber sofort erkennen in den Vorstellungsgesprächen, die Person brauchen wir, die wollen wir bei uns haben, ja. Und dann sieht man ja, aha, manche Professoren machen das viel besser als andere. Manche bereiten die jungen Leute unheimlich schlecht auf die zukünftigen beruflichen Tätigkeiten oder gar die, das Schaffen von eigenen Unternehmen und neuen Arbeitsplätzen für andere. Darauf bereiten diese Hochschulprofessoren schlechter vor und dann wird es aber welche geben, die das ganz toll können. Und dann wird man natürlich die zum Maßstab nehmen. Die dürfen dann sozusagen Prüfungen herstellen, Eingangsprüfungen für das Hauptstudium, so dass dann sich wieder rauskristallisiert, welche Professoren des Grundstudiums bereiten wieder sehr gut vor für das Hauptstudium und für letztendlich auch wieder für den beruflichen Erfolg und die hohe Steuerleistung und Abgabenleistung der jungen Leute. Und so kann man dann Stück für Stück eine Kette runtermachen bis zur Grundschullehrerin und dann gibt es innerhalb weniger Jahre die ersten objektiven Leistungsrückmeldungen und dadurch sozusagen haben dann alle Lehrer, ja, wahrscheinlich werden die das Blaue, da wird das ein großes Erwachen geben, weil die dann plötzlich feststellen, ja, hoppla, die Lehrer, die so tolle Ideale hatten, dass die vielleicht gar nicht das erreicht haben an Wirkung, was sie sich vorgestellt haben und dass, ja, dass vielleicht irgendwas etwas ganz anderes am Ende erfolgreich war und dadurch wird das dann, also überall im Lehrertum wird das zur Konzentration auf das kommen, was wirklich Kinder bestmöglich fördert und sozusagen kreativ, innovativ, sozial werden lässt und zugleich sachkompetent und so weiter. Und plötzlich werden dann die Lehrer vieles gar nicht mehr unterrichten, weil das war oft nur da, um für Lehrer Arbeit zu beschaffen und damit wurden die Kinder gequält, sondern dass man sich wirklich nur auf die wichtigen und interessanten Sachen konzentriert, ja. Ja. Dann, was ich gestern nicht deutlich genug oder noch vergessen habe zu sagen, ist, das Marxistoide und das Marxistische und deren vorteilbringende Irrtümer, das sind eigentlich vorteilbringende Irrtümer der Waffenkonzerne. Ja, warum sind das vorteilbringende Irrtümer der Waffenkonzerne? Na, überlegen Sie doch mal. Was ist das Marxistoide? Was ist das Gerede von diesem leistungslosen Einkommen der Reichen? Ja? Oder das marxistische Gerede vom Unternehmer als Ausbeuter und leistungslosen Mehrwertabschöpfer. Das sind nichts anderes als Hetze. Das sind Hetzparolen, mit denen man die Menschen aufhetzt, im Prinzip zu Revolutionen. Darum geht es. Und Revolutionen, da verdient als einziges, verdienen die Waffenkonzerne dran. Also sozusagen solche aggressive Rhetoriken werden tendenziell, also immer von Waffenkonzernen besonders unterstützt und begünstigt. Und viele in den Waffenkonzernen haben solch eine Mentalität und die dann eben auch dazu führt, dass es häufiger Revolutionen gibt. Und dann die einzigen, die an den Revolutionen profitieren, sind dann die Waffenkonzerne. Also genau genommen sind diese Marxistoiden-NGOs, das sind also, die transportieren also vorteilbringende Irrtümer von, nicht nur von Sozialsparten, sondern auch von Waffenkonzernen. Ja, also hier die Waffenkonzerne, ja. Und die haben natürlich einen Riesengewinn an Konflikten in der Welt. Und dazu gehören eben auch die Bürgerkriege und Revolutionen. Und alles bringt Umsatz und Gewinn den Waffenkonzernen. Und deswegen müsste man gucken, also es kann sein, dass Karl Marx nie wahrgenommen worden wäre, wenn dann nicht vielleicht irgendwelche Waffenkonzerne das Ganze unterstützt hätten in dem Gespür, dass es da Geld zu holen gibt. Ja, dann ein anderer Punkt wieder. Schulen dürfen zukünftig Lehrer selber prüfen. Jede Schule wird ja, wenn es nach der Reform der nextscientistsforfuture.de geht, ist es ja so, dass jede Schule versucht, so attraktiv wie möglich für die Lehrer zu sein, die in den Ranglisten ganz weit oben stehen. Jetzt haben aber die Schulen natürlich auch ein Interesse, da die Top-Lehrer natürlich rar sein dürften, dass es vielleicht sich Leute bei Ihnen bewerben, die also sozusagen gar keine Ausbildung als Lehrer haben, die aber einfach was können. Und da können dann die Schulen hingehen und sagen, liebe unsere besten Lehrer, prüft doch mal diese Bewerber, ob die wirklich was können und ob das gut passt in unsere Schule rein, ob das wirklich unserem Status als Spitzenschule gerecht wird. Und dann können die die selber auswählen und selber beschäftigen. Und dann werden auch diese Lehrer, die also Quereinsteiger im Prinzip sind, genauso nach der Leistung beurteilt und kriegen dann auch ihre Ranglistenpositionen und so weiter. Und dann, ja, das heißt also, wir müssen wegkommen. Wir wollen ja im Gesundheitswesen wegkommen von dieser Ideologie. Jemand muss ein Studium der Medizinindustrie haben, um im Heilbereich arbeiten zu dürfen. Da gehen wir ja von weg, über den Heilpraktiker hinaus und sagen, wir geben auch den Wunderheilern eine Chance, sich zu beweisen. Weil da sowieso nichts passiert, sondern es werden ja sowieso nur diejenigen, sich die Wunderheiler als Hausarzt-Ersatz-Team und Praxis wählen, die sowieso schon immer zu ihnen gegangen sind. Und dann wird aber überprüft, wie die sich gesundheitlich entwickeln. Und dann, zum Beispiel, es war ja so ein ganz umstrittener Fall, war ja sozusagen die neue Medizin des Dr. Hamer, die neue germanische Medizin und so weiter. Und da gab es ja früher viele Fernsehberichte, die dann also behauptet haben, das wäre also ein Scharlatan, der die Leute nur umbringt und so weiter, die die Kinder umbringt. Und ja, das wird man dann sehen. Das wird man sehen, wie sich die Kunden solcher Wunderheiler tatsächlich entwickeln. Ob die nicht vielleicht sich im Durchschnitt doch wesentlich gesünder entwickeln als die Kunden der Schulmediziner oder umgedreht. Und dann werden die in der Ranglistenposition entweder ganz weit hinten stehen, sodass dann alle bisherigen Kunden von ihnen abwandern, zu denen mit den besseren Gesundheitsförderungsergebnissen oder umgedreht halt. Und genau so diese Öffnung ist wichtig, dass wir wegkommen davon, bürokratisch sozusagen, jemand kann nur was, wenn er den und den Ausbildungsabschluss hat. Davon müssen wir wegkommen. Wir müssen alle fähigen Leute nutzen, auch als Lehrer oder auch als Heiler. Alle, die wirklich was können, müssen wir nutzen. Und das geht über Leistungsmessung am Ergebnis sozusagen. Und dann so. Also es spielt also überhaupt keine Rolle mehr, ob ein Lehrer oder ein Heiler eine Vorbildung hat. Egal, ob ausgebildet. Hauptsache er kann es. Ja, das muss das Prinzip einer gesunden Gesellschaft sein. Und da wir ja sowieso nicht drumherum kommen, überall die Leistung zu messen, messen wir doch einfach bei jedem die Leistung. Und wer dann wirklich nur ein Quacksalber oder Scharlatan ist oder auch ein schlechter Lehrer ist, weil sich sozusagen die fähigen Lehrer geirrt haben in der Einschätzung des Lehrers, Ja, wenn der in den Ranglisten dann weit unten landet, der Lehrer oder der Wunderheiler, dann wird die niemand mehr einstellen. Ja, der wird seinen Job verlieren. Also nur Leistung darf entscheiden. Wir haben in Deutschland generell auch in den Sportverbänden, überall haben wir diese Vetternwirtschaft und überall geht es nicht nach Leistung, sondern irgendwie nach Kumpaneien, nach Vitamin B, nach Seilschaften und, und, und. Und das schadet dem ganzen Land. Ja, das ist eben alles schädlich. Ja, dann die Linke ist auch gestern in heute gewesen. Die Linke hat ein neues Wahlprogramm vorgestellt für das Superwahljahr. Die Linke formuliert einerseits richtig, der Markt regelt nichts, wir müssen den Markt regeln. Das ist genau richtig. Da haben sie recht. So weit hat die Linke recht. Denn das ist ja das, was wir machen, dass wir sagen, dass wir über die Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wohlstandsdaten sozusagen alle, auch die Konzerne zwingen, in den Dienst von Ihnen, liebe Wählerinnen. Also die müssen Ihnen dienen und ihr Leben verbessern, messbar, sonst kriegen sie keine Verdienstzuschüsse und gehen tendenziell pleite sozusagen. Aber die Linke geht dann wieder viel zu weit. Sie leugnet die militärische Bedrohtheit. Deutschlands, so nach dem Motto, ja, wir können doch einfach, wir brauchen doch, wir können einfach weniger arbeiten, wir können vier Tage die Woche arbeiten, wir können die Stundenzahl reduzieren und so weiter. Und es wird uns schon niemand erobern und abschlachten. Das wird schon nicht kommen. Also das ist eben extrem unrealistisch, denn solange wir noch keine pazifistische Welt haben, was ja das Ziel der Next Scientist ist, solange müssen wir noch auf dem Hochleistungsbereich bleiben und das geht nicht, wenn wir jetzt einfach mal so eben weniger arbeiten. Das sind ja sowieso auch wahrscheinlich vorteilbringende Irrtümer der Sozialspartler, weil das dann dazu führt, dass wenn wir weniger arbeiten, dann werden wir weniger wettbewerbsfähig, dann werden wir neue Arbeitslose haben und dann haben die Sozialberufler und die Arbeitsamtmitarbeiter wieder viel neue, verwahrlosende Arbeitslosenkundschaft, die sie betreuen können. Ja, soziale Politik ist, was Arbeitsplätze schafft. Das ist die richtige linke Position. Also echte linke und soziale Politik ist, also soziale Politik oder soziale, echte linke Politik ist, was Arbeitsplätze schafft. Die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler sind genau das Gegenteil. Sozial ist, was am Ende Arbeitsplätze vernichtet. Und genau in diesem Konflikt steht man ja. Und zwar, wir haben ja eigentlich das Experiment, wir haben ja uns auseinandergesetzt mit diesen ganzen Marxistoiden-Ansätzen, wie zum Beispiel Economy for Mankind, die sich selbst als nicht-maxistisch erfindet, aber das gnadenloseste Umverteilungsprogramm von allen hat, sozusagen. Und wir haben ja gesehen, und das, jetzt kommen wir noch mal zurück hier zum Thema Volksentscheid. Man könnte hier also noch den Professor Hans-Werner Sinn noch mal eintragen, irgendwo, ja, als Experten, was er ja auch geschildert hat, das habe ich gestern, ergänze ich mal zu gestern, er hat ja sozusagen erkannt, und auch Gerhard Schröder, der Bundeskanzler, hatte das erkannt, dass man seit Willy Brandt, der also quasi auf die Vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspatler reingefallen ist, und dadurch wurden dann, hat man es überreizt, bei den, ja, bei den Tariflöhnen, man hat die Tariflöhne so stark anziehen lassen, mit Sockelbeträgen und was auch immer, Professor Sinn schildert das detaillierter, bitte schauen, Thilo Jung, Professor Hans-Werner Sinn, ja, jung und naiv, Da ist es folgendermaßen, ich referiere jetzt also quasi wieder über einen Experten, sodass man dann über den Referatweg dessen Reformkonzept aufnehmen kann, also Professor Sinn hat eigentlich das ja schon erpro, geschildert, dass damals ab Willy Brandt man das große Experiment gemacht hat, was passiert, wenn ich also Tariflöhne, Mindestlöhne sind ja im Prinzip das Gleiche, wenn ich Tariflöhne, Mindestlöhne, Gewerkschaften, wenn ich da den Bogen überspanne, was passiert dann? Ja, und was passiert ist, ist einfach, dass wir sozusagen eine ständige wachsende Massenarbeitslosigkeit so erzeugt hatten. Das heißt, das Experiment zeigt ganz klar, die Unternehmer reagieren auf, darauf, wenn die Tariflöhne, die Mindestlöhne zu hoch gezogen werden. Sie reagieren damit, dass sie dann eventuell ihre Produktion ins Ausland verlagern, dann Arbeitsplätze verschwinden in Deutschland, die Leute in Massenarbeitslosigkeit fallen, sozusagen. Und dieses Experiment ab Willy Brandt zeigte also und hat bewiesen, nee, die Unternehmer schlagen zurück. Wenn man es mit den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartler übertreibt, hohe Tariflöhne, hohe Mindestlöhne und überhaupt Gewerkschaften, sozusagen, anstatt die einzusparen und die Kosten einzusparen für all das, wenn man das Ganze da sozusagen in die Höhe treibt, dann reagiert das Unternehmertum und am Ende ist immer die Folge, die unsoziale Folge, dass wir Massenarbeitslosigkeit bekommen, die nur einer Gruppierung dient, nämlich den Arbeitsamtmitarbeitern und den Sozialberuflern, die dann sich über schöne, neue, große Karrierechancen freuen können, angesichts dieser riesigen Zahlen von Fällen, die sie zu betreuen haben, sozusagen. Ja, und dann erkannte eben Schröder, inspiriert durch Professor Sinn, wahrscheinlich, ja, Sozial ist, was Arbeit schafft. Und er hat jetzt den Fehler gemacht, das ist der einzige Fehler, den man ihm vorwerfen kann, dass er als erstes rangegangen ist von der Zange, mit der die Sozialspatler die Leute in der Arbeitslosigkeit festhalten, dass er nicht als erstes das Nicht-Helfen beendet hat, sondern den zweiten Backen der Zange reduziert hat, nämlich die Verwöhnung gesenkt hat, indem er die Arbeitslosenhilfe abgeschafft hat. Ja, das heißt, also besser wäre es gewesen, die richtige Reihenfolge zu beachten. Erst einmal hätte man die Arbeitsamtmitarbeiter, so wie das die Next Scientists machen, mit positiven Anreizen belohnen müssen, dafür, dass der Prozentsatz der arbeitenden Menschen in ihrem Bezirk nach oben geht und dadurch hätten dann, wäre das Nicht-Helfen beendet worden und die Leute hätten, die Arbeitsamtmitarbeiter, hätten alle Leute an der Hand genommen und einfach so lange geholfen, bis es einen guten Job für jeden gibt im Prinzip und dann hätte man vielleicht die Verwöhnung reduzieren können. Das hätte auch weniger Widerstand gebracht, weil es ja dann auch nur noch sehr wenig Leute betroffen hätte. Und generell ist es also eine Sache der Reihenfolge und ich wiederhole nochmal zum Schluss für heute, die Hartz IV-Reform, die ist noch ganz weit weg. Erst wird Deutschland zu einem gesunden, glücklichen Land mit Vollbeschäftigung und nur die ganz wenigen Hartnäckigen, die also sagen, entweder ich mache soziale Arbeit und weigere mich deswegen an der Gesellschaft kommerziell mitzuarbeiten oder ich bin ein Sozialparasit und stehe dazu, ja dann wollen wir da wenigstens dann die Verwöhnung von in 10% Schritten pro Monat von 450 Euro im Monat circa auf 130, 140 Euro im Monat runterschrauben und da würden dann wahrscheinlich immer noch viele sagen, ja das ist ja viel zu großzügig, das heißt ja, dass wir sozusagen ja letztendlich Verwöhnung und Narrenfreiheit für Sozialparasiten schaffen, denn sozusagen, das bedeutet ja, dass jemand alles hat, was er zum Leben braucht und gesund sich ernähren kann. Allerdings haben wir dann wenigstens diese Großverwöhnung weg. und ich glaube, damit können dann sehr viele Wählerinnen sehr gut leben. Aber machen Sie sich noch mal klar, die Hartz-IV-Reform kommt erst ganz am Ende der Kette aller Reformen. Erst wird alles andere reformiert und dann erst fahren wir die Verwöhnungsseite weiter zurück. Ja, ich glaube, das war es schon. Ich gehe jetzt noch mal hier durch, die Bilderkette hier. Schauen wir uns doch mal an. Also dieses Bild hier, dieses Bild hier war ja gewesen, noch mal um zu verdeutlichen, ach so, noch mal zur Erinnerung, der größte vorteilbringende Irrtum der Sozialspatler ist ja letztendlich, alle Menschen sind gleich, alle Neugeborenen sind potenzielle Genies, es gibt in der Evolution keine Unterschiede, alle sind gleich klug, alle sind gleich talentiert und so weiter. Denn wenn man das denkt, dann führt das dazu, dass die Gesellschaft, dass es der Gesellschaft egal wird, wer die Kinder bekommt und dann kriegen typischerweise die hier, also die in Wirklichkeit genetisch weniger klugen, kriegen ganz viele Kinder und dadurch wird die Gesellschaft im Durchschnitt, werden die Gehirne immer kleiner in der Gesellschaft, wir kriegen riesige Degenerationsprozesse immer, dass das Heer, der Nicht-Arbeitsfähigen wird immer größer, die Sozialspatler haben schön viel Arbeit und können richtig, kriegen höhere Gehälter und haben bessere Karriereaussichten, vorgesetzter zu werden, weil ja die ganze Sozialbürokratie sich immer weiter vergrößert. Und das Naturgesetz wird dann gebrochen, nämlich das Naturgesetz lautet, wer in der Evolution überleben will, der sollte gucken, dass die Kinder hauptsächlich hier hier gezeugt werden und in die Welt gesetzt werden von den Fähigsten. Das ist ein Naturgesetz, gegen das wir dann verstoßen, aufgrund der Vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspatler und das ruiniert uns, bringt uns in die Situation, dass es uns gehen wird wie dem Römischen Reich, nämlich Niedergang und Zerstörung. Und das hier machte nur noch mal deutlich, dass also die Linksextreme und die Rechtsextreme eigentlich praktisch identisch sind, dass sie verbunden sind. Beide haben sie kleine Gehirne, diese Gruppierungen, haben eben eine völlig unrealistische Sicht der Welt und neigen dazu, mit Gewalt irgendwelche Diktaturen aufzubauen. Und das sind die dümmsten sozusagen der Welt. Und dann eben hier, hier sind dann die naturwissenschaftliche, bodenständige, echte Linke, die Next Scientist for Future. Das ist die Spitze des Denkens sozusagen. Und dann hier beginnt so langsam die CDU. Da nimmt es dann schon wieder, da gibt es schon noch ein paar kluge Leute, auch in der FDP oder bei der CDU. Aber dann wird es auch schnell Richtung bräunlich, geht es dann schon. Und dann wird es schon wieder dümmlich. Ja, das war dieses Bild. Dann hatten wir ja dieses Bild. Das zeigt ja die Degeneration. Also einige Professoren sagen ja ganz klar, vor 40.000 Jahren hatten unsere Vorfahren ungefähr anderthalb Liter Gehirnvolumen im Durchschnitt. Und seitdem haben wir ungefähr 0,15, also nur 150 Kubik Motorradmaschine an Gehirnvolumen im Durchschnitt verloren. Wir degenerieren also immer mehr. Dann kommt ja auch noch die körperliche Degeneration dazu, weil wir ja immer durch die, immer mehr vergiftet werden, durch die Nahrungsindustrien und so weiter. Weil es eben die größten Profite bringt, Billigstoffe zu verwenden. Und die wirken sich langfristig immer toxisch auf, aus auf die Kunden. Und da das ja bis jetzt noch nicht gemessen wurde, schauen wir, wenn wir so weitermachen wie bisher, würden wir also ganz am Ende alle am Rollator entlang schleichen sozusagen. Und das zeigt hier eben vor 13,8 Millionen Jahren waren wir in der Größenordnung Halb Liter Gehirne und dann ging es hoch auf Richtung anderthalb Liter Gehirne und seitdem degenerieren wir wieder. Und der vorteilbringende Irrtümertum der Sozialspartler ist ja, dass die Gehirngröße nichts mit der Intelligenz zu tun habe. In Wirklichkeit ist es so, dass wenn sie in der Evolution, wenn ein großes Gehirn entsteht und demgegenüber keine erhöhte Leistungsfähigkeit steht, dann wirkt ja das Gehirn als reiner nutzloser Ballast. Und solche Lebewesen werden dann in der Evolution, und wir waren ja lange Zeit Beute der Raubtiere, dann führt das dazu, dass jeder, der ein großes Gehirn hat, das nur Ballast ist, weil es keine höhere Leistungsfähigkeit, auch keine höhere Fluchtleistungsfähigkeit zur Folge hat, dass die natürlich alle von den Raubtieren weggefressen wurden sind und dann ausgestorben sind, sodass wir davon ausgehen müssen, dass ein großes Gehirn im Durchschnitt auch eine höhere Leistungsfähigkeit hat als ein kleineres Gehirn und zwar natürlich immer jeweils bezogen auf die Gesamtkörpergröße, denn das Ganze ist ja natürlich immer in Relation zu sehen. Das ist ja selbstverständlich. Ja, und dann haben wir die Zeitskala, dass man also, wenn man alles verstehen will, dass auch die Kinder in der Schule natürlich die Weltkunde lernen müssen, nämlich, dass deswegen auch mit diesen Großbildschirmen an der Wand, dass dann vielleicht dort die Filme laufen, die zeigen, wie quasi sich das wohl optisch dargestellt hat mit dem Urknall, mit dem Thema Explosion und Ausdehnung und Beschleunigung, Bewegung im Universum durch Explosionen und deren Folgen sozusagen. Und dann die vor 4 bis 3,5 Milliarden Jahren ungefähr die Evolution der Automobilität, wo also quasi die Explosionen eingefangen wurden und quasi Mini-Explosionen in den Körpern sozusagen zu Fortbewegungsfähigkeiten, später Muskeltätigkeiten und so weiter führen, wo quasi sowas wie Explosionen, gebremste Explosionen im Körper stattfinden. Man erinnert sich so an ATP-Verbrennung oder irgend so was. Adenosin, Triphosphat, glaube ich, hieß es und so weiter. Irgendwie auf jeden Fall, dass dann eben Automobilität reinkam, also dass Stoffe anfangen konnten, sich selber zu bewegen, auch eben ohne nur durch Explosionen getriebene Bewegungen sozusagen. Das ist eigentlich alles. Also das heißt, wir sind Materieklumpen im besten Sinne, die automobile Fähigkeiten aufweisen und deswegen also direkt sich auch Ressourcen annähern können. Und mehr sind wir nicht. Und darauf sollten wir stolz sein, dass wir einfach nur solche Biomaschinen sind. Automobile Maschinen. Ja gut, also die Zeitskala, also man muss die ganze Evolution und alle Details im Blick haben, um dann zu erkennen, was wie, dass eben vor 400.000 Jahren, die, ja hier vor 400.000 Jahren, sozusagen Tauschhandel und, Tauschhandelmarkt und Arbeitsteilung allmählich aufkamen. Und dass man da hätte, die positiven Anreize setzen müssen, weil man das nicht gemacht hat, hat man dadurch die Buchse der Pandora geöffnet und dadurch wurde unser aller Leben zerstört. Unglücklich. Und hier sieht man nochmal, hier hat man das parallelisiert zur Gravitation von Newton. Hier das Naturgesetz von Mutation und Selektion. Da unten sind die Ressourcen und die vorteilbringenden Irrtümer führen eben dazu, dass man mehr Ressourcen gewinnt und deswegen breiten sie sich dann in der Evolution aus. Ja, und dann die Gefährlichkeit der NGOs, wobei wir nach wie vor unser Angebot würden wir auch wieder aufleben lassen an Fridays for Future, wenn die jetzt wirklich sagen würden, ja, wir sind bereit, den Deal zu machen. Wir machen sehr viele Weltpressekonferenzen, solange man uns überhaupt noch beachtet, zusammen mit den Next Scientists for Future. und die sorgen dann dafür, dass Verträge geschlossen werden, die am Ende zu 900 Milliarden innerhalb von sieben Jahren für klimaneutrales Deutschland ausgegeben werden. Gut. Dann hier noch einmal, also dieses Marxistoide, also diese bösen, bösen Milliardärskönige. Das muss aufhören, das dient nur den Waffenkonzernen, wie ich ja deutlich gemacht habe. Das sind ja alles nur vorteilbringende Irrtümer der Waffenkonzerne, die natürlich profitieren von der Auffetzung der Menschen zur Gewalt gegen den Menschen. Also bitte, wir müssen dazu übergehen, zu sagen, geliebte Milliardärskönige, Politikkönige, Journalistenkönige, lasst uns liebevoll und gemeinsam das Menschheitsproblem lösen, lasst uns überall positive Anreize gekonnt setzen und hören wir auf mit dem Gegeneinander kämpfen. Davon profitieren am Ende höchstens die Waffenkonzerne. Ja und hier, das war ja sozusagen die Weltkarte einerseits, hier, wo man deutlich machen kann, hier wir Europäer, Nord- und Südeuropäer, haben die Ureinwohner des amerikanischen Kontinents abgeschlachtet, warum soll es nicht dazu kommen, dass irgendwann wir abgeschlachtet werden. Da müssen wir auf der Hut sein, das ist, da dürfen wir nicht so naiss sein wie die Linke sozusagen. Und dann haben wir hier auch nochmal das Bild der möglichen Kommunen, die höchste, das Matriarchale als die höchste Glücksquelle der Menschheit. Also wir sagen ja sogar, dass der Mensch genetisch immer noch die Genetik hat für für eine urmatriarchale, für einen urmatriarchalen, pazifistischen Bonoboschenker-Kommunismus und dass das uns natürlich wegmanipuliert wurde, weil man konnte natürlich als die vorteilbringenden Irrtümer der der Frühärzte und Frühhändler liefen natürlich darauf hinaus, uns diese natürliche, glückliche Lebensweise wegzureden und diese zu verteufeln und schlecht zu machen und in den Schmutz zu ziehen, weil wir dann natürlich mit größerer Wahrscheinlichkeit konsumsüchtig, kaufsüchtig, shoppingsüchtig und dadurch dann auch uns krank ernähren und dadurch dann auch wieder mehr Kundschaft für die Frühärzte dargestellt haben und so lief dann die Evolution in Richtung wegmanipulieren des glücklichen Lebensstiles und ersetzen durch den Lebensstil des unglücklichen, einsamen, kaufsüchtigen, shopping-süchtigen, konsumsüchtigen Singles, der sein Glück über Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und andere Dinge bezieht sozusagen im Sinne der Ersatzbefriedigung. Ja und das eben hier im Urmatriarchat, also beim modernen Matriarchat ist es ja so, dass eher die Söhne die Nachbarkommunen besuchen und dort als Besuchsehe sozusagen ihr Liebesleben haben, während im Urmatriarchat es wohl so war, dass die Mädchen abgewandert sind in die Nachbarkommunen, dort die Enkelkinder zur Welt gebracht haben, und einen Kreis weiter dann die Urenkel in den aufgewachsen sind, sodass also das ja ein und so funktionieren ja im Prinzip heute noch der Bonobo-Kommunismus. ja, ja, haben wir ja das nochmal, das hatten wir ja schon gehabt, nämlich die Normalverteilung, diesen größten Vorteil bringenden Irrtum der Sozialspartler, alle sind gleich, alle Neugeborenen sind Genies und deswegen ist es egal, wer die Kinder bekommt, ja, das ist der größte Irrtum und ja, das sind Beispiele für einige der allgemeinen Messgrößen, über die man diskutieren kann, Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und so weiter, Langlebigkeitsdaten steckt hier drin, ja, ja und spezielle Messgrößen braucht man für jede einzelne Sparte, um die richtigen positiven Anreize zu setzen, ja, das hatte ich ja schon erklärt und dann sind wir wieder zurück, also sozusagen die endgültige Zerstörung der CDU, womit sie sich selber zerstört, auch die FDP ist, dieser Aberglaube daran, es gebe und der kommt eben daher, dass wenn die Großkonzerne um sich herum Geldgeschenke ausschütten an ihre Freunde, dass es dann zu Evolutionsprozessen kommt, die automatisch dazu führen, dass der ganze Mainstream sagt, Nö, Großkonzerne, das sind Engel, alles was die tun ist engelsgleich, alles was sie sagen sind Wahrheiten und die naturwissenschaftliche Wahrheit hat also aufgedeckt und das können eben einzig und allein der Weltrat, die Next Scientists for Future, dass es einen gewaltigen antikooperativen Anteil bei jeder Sparte gibt und dass es ein paar wenige kriminelle Lügner dabei gibt, die uns direkt abzocken kriminell und dass die Masse aber sich selbst manipuliert mit ihren eigenen vorteilbringenden Irrtümern und die Wählerinnen manipuliert und dass es so zu den großen Profiten für die Sparten kommt, auf Kosten aller ja das ist also hier dann jede Sparte hier am Rande jede Sparte sozusagen parasitär schmarotzerisch wirkt für auf alle Wählerinnen und dass auch die Sparten sich gegenseitig parasitieren und so weiter ja also alles alle schaden einander gegenseitig und das wollen wir doch beenden hoffe ich doch ja das war's soweit und ja ich denke jetzt zeige ich Ihnen noch den Ausstieg aus dem Ganzen ja also der Gedanke ist vielleicht sind Großbildschirme im Unterricht eine gute Möglichkeit also für Kinder immer nur wenn überhaupt Computer bedienen nur Großbildschirme große Distanz keine Verführung hin zum Hals abknicken und Smartphone ist ja das Schlimmste einfach ganz nah vor die Augen führen Nacken nach unten krümmen Kurzsichtigkeit erzeugen das ist das Schlimmste was es gibt also das Schädlichste dürften die Smartphones sein das nächst Schädlichste wahrscheinlich die Laptops und dann eben für Kinder darf es nur geben Computer und ein riesen Bildschirm an der Wand und dann kann das vielleicht die Gesundheit jedenfalls nicht ganz so stark schädigen ja denn auch eine Tafel ist ja zweidimensional und na gut Professor Spitzer würde trotzdem sagen erst ab einem gewissen Alter weil eigentlich sagt er ja eigentlich dass das reale Begreifen der Welt eigentlich bis circa zum zwanzigsten Lebensjahr eigentlich im Vordergrund stehen sollte weil sonst die Gehirnentwicklung negativ sich entwickelt wenn man wenn alles auf der Bildschirmebene geschieht sozusagen und damit nicht wirklich begriffen werden kann die Welt ja gut und dann steigen wir wieder aus aus der Präsentation das war ist die Präsentation die beende ich wieder und jetzt sehen sie wieder alle Talkshow Gäste heute Abend ist ja um 19 Uhr wieder eine kleine Talkshow angesetzt und ja und dann kann man wieder aus allem aussteigen ja tschüssi bis bald